Bei der Geburt eines Kindes sollen die Partnerin oder der Partner der Mutter nach Plänen des Bundesfamilienministeriums künftig zwei Wochen lang von der Arbeit freigestellt werden, mit vollem Lohnausgleich. Die Kosten für die sogenannte Familienstartzeit sollen den Arbeitgebern vom Staat erstattet werden, wie das Ministerium mitteilte. Die Familienstartzeit war bereits im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Nun gibt es den entsprechenden Gesetzentwurf, der sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet. Konkret soll die Regelung ab dem Tag der Entbindung für die Dauer von zehn Arbeitstagen für abhängig Beschäftigte gelten.